Willkommen zurück zu Dead Island, meine Freundin, mal nehmen wir das Funkgerät an. Mal sehen, was uns hier erwartet. Es ist lustig, dass in der Zombie Apokalypse alle Freunde stehen. Es ist lustig, dass die sich noch gegenseitig bekehren. Das ist ja wirklich so, dass du bis jetzt noch nie so richtig negativen Kontakt wirst. Doch, immer schon. Da wurde Nebel. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Es kam aus dem Monarch Studios. Ja, da waren wir schon. Aber wir können schneller reisen. Ja. 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 Da sind wir aber nix. Hm. Das ist gruselig. Aber... Na klar, sonst kannst du die Nacht nicht schlafen, oder? Ich weiß nicht, dieses Dead Island macht es aber halt aus mit dem Zombie Apokalypse, aber halt so bei Sunshine. Irgendwie so, weißt du? Dead Island halt. Und gerade wenn du in Beverly Hills rum rennst, bei Nacht, Alter, da kommst du ja gar nicht klar. Da wirst du gar nicht wo du lang rennst. Suche an der Tankstelle nachher zu leben. Jo, wo bist denn du schon wieder? Ja, da Tank... Ich bin ja schon gespawnt. Warte, 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 warte. Die sind aber da hier abends. Ja, ich brauche meine Spainsbox-Outfit, und ja, das ist eine schlechte Zeit. Ja, wir sind in den Knaller. Ich kippe da alles hoch. Cool. Inferno mal mal. Na moin. Wind, blau. Wo kommen denn die alle? Jaaaa! Der Feuerwehrmann, Hammer! Der Feuerwehrmann, Hammer! Arserei, geht los hier! Die Lagerpistole ist geil, Alter. Ich glaube, es geht ein Schuss mehr, Alter. Ich glaube, es geht ein Schuss mehr, Alter. K�cherett noch mal auf. Wahoo! Ja genau! Easy, der Willmo! ist aber irgendwie geil das sporttasche gefunden mit augenklappen mit weiblich das ohne es ein ganz wildes zeug das ist es ist es ist es Es ist genug, wie es ist. Okay, D.D. Das Problem ist, wir müssen mit bestimmten Zombies ziehen, wenn es scheiß Geräusche macht. Was machst du denn jetzt hier, oder? Du kannst es schon so ablegen, ne? Ja, habe ich schon. Geh jetzt noch kurz mit der Pumpe ein bisschen ab. Wolle Tuch ein bisschen ab. Wolle, hier ist alles umgeklappt. Hier hin kommt noch mehr, mehr. Wie hessisch bist du denn? Raus mit dir! Wie ist hier, oder? Wie ist hier, oder? Wie ist hier? Wolle, D.D. 0,9 hat die Zombies aufgeschreckt. Keine Ahnung, müssen erstmal die Typen hier wegmachen. Ja, ich glaube schon. Das war dann eine super Missionsbeschreibung. Ja. Wir müssen bestimmt dieses komische Geräusche ausmachen, was halt die ganze Zeit kommt. Ne, das kommt auch normalisch. Das kommt aus der Tasche. Wir müssen irgendwie vielleicht weiter... Ja... Was? Warte, hier kommt... Jetzt kommen sie nur hier, mach den mal weg. Was? Stage... Sechs? Ja, da müssen sie Stage 3... Ist das Stage 3? Ja... Ja, warum ist es nicht so? Das ist Stage... Ah, warte, warte. Ja, hier. Wir müssen jetzt hier rein. Ach, jetzt mal wirklich. Hier ist Helmplicht. Abwart. Ja, Moin. Deshalb stehst du schon am Arsch. Nichts. Hier ist noch der, hinter der. Mach den weg. Boah... Pass mich nicht an. Wie ist das bitte? Der Kofferhörse. Komm, zinne ich noch noch. Boom. Zinne ich noch noch. Hier, hier irgendwo. Ah, ja. Oh ja, Moin. Warum ist die D.D.O.9 so? Ich kann mich auf das, aber nicht, bis diese Bodiesnatchern sind. Wie du dich rumsmackst da draußen, wird's gut. Kriegst du Sinne, oder? Ja, schon. Ja, ich hab's auch mit den Aims, das ist aber wirklich ganz wild. Oh ja. Ich muss mal an den Rand, aber ich muss mal in den Herzen geschmissen. Da sind viele, what the fuck? Ja, ich hab's gegründet... Ich hab's gegründet, oder? Ja, was tankt denn da so viel? Das ist ja... Ne, wär lustig. Da ist deine Tasche. Komm jetzt runter oder was weiß ich. Ruf jetzt so passt dann auf allen Frequenzen. Er ist auch hier außen alt, oder? Ja, ich weiß nicht, warum bist du und wer bist du? Kapitän Vixen hat mich gefunden, um dich zu finden. Der Kapitän hat dich gefunden. Aber ich bin gut. Ich bin nur für Tools und Parten, nichts zu beschäftigen. Der Problem ist, Didi hier nicht zu halten, seine kleine Roboter. Sie hat alle Zombe in der Mitte. Der Kapitän ist gut, aber es war ein bisschen schrecklich. Oh mein Gott. Ich habe mich verletzt. Das ist außerhalb von Kringe. Mein dummer Roboter in der Mitte hat die Frau Shepard getötet. Ich kann nicht mehr zeigen, sie wird mich verletzt. Sie wird mich verletzt. Hey hey, es ist kürz. Juste auf die Parlamätre des D.D.D.s Sprach. Auf die Parlamätre des Sprachs. Oder wassit. Und dann sagst du dein Kapitän, du bist okay. Ich kann nicht mehr sehen. Ich werde auf die D.D.09 und zurückkommen zur Kapitän. Bitte, nimmst du etwas für den Kapitän Vixen heute. Bevorst du es in den Krieg. Und dann bitte die Star des Ballpines guider. Ich versuche den Rasenkampf. Ok. die frau sind jetzt alles nahkampf angriffe warum brennt wieso warum warum meine freunde wir sehen uns im nächsten video wir müssen jetzt die zum wieser breit schlagen und wir spüren